Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls 3 Letzte Folge gab es einen sehr eiskalten Typen Den da und jemand anderen Siegwart Was hast du jetzt zu sagen? Ja ja ja, bleib da Verbrochen Okay Aber ich bin da drin jetzt noch nicht Er ist weg Was? Hä? Visible confusion Okay Dann nach oben Wo ist der Typen? Okay Okay. Stele eines namenlosen... Äh... Stele eines... namenlosen Soldaten. Okay... Yo, was? Das scheint kein Feind zu sein? Ui! Sag bloß, ich muss da hin! Da durch! Da durch! Okay... Ähm... Wo ich liegt, wahren uns. Hä? Was ist das gerade? Ich war Äppeln? Ich war Äppeln? Hä? Hä? Ach, da... Das ist er jetzt. Okay... Hoch... Was? Was? Was ist das denn jetzt hier? Hä? Hä? Was? Wo bin ich? Hä? Wie groß ist das Level? Was ist das da vorne? Was ist das da vorne? Ist das eine große Axt? Ist das... Ist das so ein Dämon aus Herr der Ringe? Ein Ballrock? Okay... Hi! Hm... 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 Oh... Ich finde es doch nicht einfach. Ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Dank euch kam... Mit einer Eingebung in... Was? Mir! Ich habe das Hälfte des geheimnisvollen Fahrstuhls entschlüsselt. Kann ich runterlubsen, ne? Schön! Einmal zweifle ich an mir selbst. Oh... Ich auch. Ich wollte den Turm hinauf... Achte ich... Und kam irgendwie hier raus. Hier... Hier... Ich weiß nicht genau was passiert ist. Habt ihr das gesehen? Furchterregende Ungeheuer? Keine Zeichnung. Ich habe eine feste Hand. Aber von diesem Ding rollen sich meine Fußnägel hoch. Oh je... Überlegt euch gut... Weiter zu gehen. Mhm... Ich könnte versuchen vernünftig mit ihm zu reden. Nein, vermute ich nicht. Es ist ein Hilfskopf. Hm? Ich muss meinen Kopf benutzen. Zum Denken. Hm... Okay... Ich könnte mit ihm zu reden. Ich denke... Hm... 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 Äh... Ja... Schön... Äh... Ja... Oh nein... Oh nein... Wait... Nein... Oh oh... Was? Oh oh... Wie komme ich jetzt hier rum? Kann ich hier... Nein... Kann... Hier kann ich... Oh nein... Nein... Sagt mir nichts... Ich muss... Oh oh... Oh oh... Oh verdammt... Äh... Ja... Toll... Ähm... Äh... Okay... Äh... 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 Wenn ich hier runter springe komme ich auch nicht mehr hoch. Ja... Das war scheinbar ein One-Way-Ticket. Toll... Toll... No... You should have waited... Was soll... Was denn? Nein... Es ist zu spät... Was denn? Sie ist die Quark und ein Ritter von Katharina Kämpfer an eurer Seite? Was? 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 Eine Kooperanz... Was? Was geht hier ab? Jo... Was? Ey! Au... Oh lol... Trink was! Hü-Pfü-Hö! Ki-Wu! Orientierungsschwierigkeiten! Was verast gerade! Au! Was geht da jetzt am...? Sch bezpie Nein... Okay, das habe ich echt nicht erwartet. Wow, was ist das für eine Folge, ey? Eure Edelstein. Dankeschön, Alter, geil. Es hat 6.000, ey. Wow. Okay, okay. Danke. Das war ja eine Vorstellung. Sollt ihr euch nicht übernehmen. Wenn wir uns unentwacht sind, kommt die Pflicht zuerst. Okay. Für einen Moment sollten wir aber anstoßen. Sieg, Poi? Äh? Seure Kühnheit. Mein Schwerz und unsere gemeinsamen Sie. Möge die Sonne lang auf uns scheinen. Anstoßen. Okay. Oh, warte. Äh. Anstoßen? Du bist auch, also auch ein Unfachter. Nein. Aschen, Aschenfürst? Nein. Was bin ich nochmal? Ein Aschen, Aschen, Aschenaufz zu sein. Ey, cool. Ich dachte, der Plemur sagte, dass dieser Dieb einer meiner besten Freunde sein wird, aber gerade, aber der hat gerade mehr für mich getan. Oh, krass. Nun, ich stege mich kurz zu schlafen. Das wird besser nach dem Anstoßen. Oder du hast nichts getrunken. Oh, krass. Ah, ja. Hab ich jetzt schlafen gelernt? Bist du noch ein Lagerfeuer, bitte? Schlafen! Tatsache! Haha, geil! Ah, ja. Äh. Äh. Wie cool. Du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir. Oha. Na, 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 na. Guten Morgen. Oh, Mann. Gut. Ja, wie geht's jetzt hier weiter? Auf jeden Fall. Danke. Was hab ich von da eigentlich bekommen? Nein. Äh. Hier. Feuriger Edelstein. Du schwirg, um feurige Waffe herzustellen. Okay. Boah, alter. Ich glaub, ich war hier verrenkt. Oh, ja. Oh, ja. Und wo geht's hier dann? No, wait! You should have wait. You should have wait. Nein, ihr hättet warten sollen. Ja, woher wusste ich denn, dass du... ...kommen, mitkommen wolltest. Wow. Oh. Hä? Achso, der ist da. Ich wollte schon sagen, wo es wir hin. Okay, da gibt's noch was. Einmal Knochen. Oh. Hey, wie cool. Ja, Schlaggut, äh, wie quacht. Was war das für ein Dämon? Werde ich solche... Und vor allem werde ich solche auch später noch weiter treffen? Oder... ...was ist das da denn? Okay. Großkeule. Okay. Großhammer. Kriegsschrei. Bestekte Keule, Keule. Oh. Okay. Ähm, okay. Ähm, okay. Ähm, okay. Hä? Ah. Fleische Zunge? Warum? Oh. Lol. Nordland Helm, Nordland Rüstung, Nordland Handschuhe, Nordland Hose. Oh. Moment. Zuerst einmal... Hier. Wer weiß, dass ein Eindringling einen träger der Glut besiegt hat? Okay. Äh. Äh. Ja. Hier. Was ist das? Physische Blutung. Kälte. Oh, das gibt mehr Kälteresistenz. Und ist leichter. Das hier. Oh. Oh. Das gibt mir allgemein mehr... Äh. Äh. Resistenzen gegen... Blutung, Gift, Kälte, Fluch... Und etwas... Nee. Okay. Oh, gut. Wird's Zeit für... Fashionwechsel? Hm. 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 Wollte ich anziehen, wenn ich den Kältetypen äh... bekämpfen möchte. Hm. Vor allem die Rüstung ist auch leichter. Okay. Wenn ich hier wegkomme, glaube ich werde ich in der nächsten Folge... äh, den Kältetypen nehmen. Ach, hier geht's nicht weiter. Groß weiter. Okay. Okay. So ein kleines, großes Nebenareal. Okay. Das mit diesem Dinger. Oh, okay. Ich bin mir sicher, dass das Ding, was da hell angelaschiert ist, irgendwie runterspringt. Bin ich mir so sicher. Ja. Was ist ein Teufel, ey. Wie... 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 Wie hat man sie da angehandelt? Und was liegt da vor allem? Rote Käferkügelchen? Was ist das jetzt diesmal? Äh... Rote Käferkügelchen? Stärkt vorübergehend die Feuerschadensminderung. Okay. Cool. aha aha ein hoch auf die wurf messer ich sollte mir echt mehr da schwindende schwindende seele okay okay was hast du noch ein kühler schädel mhm wow toll kriege ich jetzt bitte noch ein nagerfeuer muss ich mit dem weg hier wirklich frei kämpfen irgendwie stimmt ja was wo kommst du denn her ich wollte schon ein kommentar zu den schaukelstühlen machen aber okay eben nicht komm wow wow miet deinen meister baum menschen die mal wieder nur rumsitzen ich wusste es doch sag mal was sind das sind vier muss ich mich hier wirklich frei kämpfen hallo ich trau dem scheit äh dem ganzen hier nicht ach komm du kannst echt jetzt was passiert wenn ich einfach durchrente ich habe keinen bock okay folgendes das war es für diese folge danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal at bis zum nächsten mal ja es